Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei eurer Chivo Café Simo Pur leuchtet auf einmal die Lampe nicht mehr hier wie gewohnt, dass alle drei Tassen beleuchtet sind, sondern hier die gelbe Lampe leuchtet dauerhaft. Woran liegt das? Ist eure Kaffeemaschine jetzt defekt? Vielleicht habt ihr sie noch gar nicht so lange und jetzt denkt man sich, was kann das sein? Was stimmt mit der Maschine nicht? Das ist im Prinzip ganz einfach und auch schnell erklärt. Die gelbe Lampe leuchtet, wenn die Kaffeemaschine entkalkt werden muss. In der Regel ist das so, wenn ungefähr 50 ml Wasser durch die Maschine gelaufen sind, dann gibt die Maschine an, dass sie entkalkt werden muss. Dann müsst ihr einmal das Entkalkerprogramm für die Kaffeemaschine durchlaufen lassen. Wie das geht, das zeige ich euch hier in dem Video, was ich an der Stelle jetzt verlinke. Schaut euch das mal an. Dort habe ich in einer Videoanleitung Schritt für Schritt erklärt, wie ihr die Chivo Café Simo Pur einmal entkalken könnt. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Das Gerät ist also nicht defekt, wenn hier die gelbe Lampe leuchtet. Aber ihr solltet auf jeden Fall jetzt nicht mehr allzu lange mit dem Entkalken der Maschine warten. Ansonsten kann es tatsächlich dann zu einem Defekt kommen. Deshalb seht zu, dass ihr sie jetzt zeitnah entkalkt und als Hilfestellung könnt ihr dafür gerne mein Video verwenden. Ich hoffe euch hat die kurze Erklärung hier gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.